Das Licht ging aus für die Erde heute Abend weltweit bei der Earth Hour. Auch am Brandenburger Tor in Berlin nur eine Friedenstaube blieb erleuchtet. Denn in diesem Jahr stand die Stunde der Erde auch im Zeichen nach dem Wunsch nach Frieden in der Ukraine. Zum Ende seiner Polenreise eine Grundsatzrede des amerikanischen Präsidenten. Joe Biden erinnert an die Überwindung des Kommunismus. Und den jetzigen Kampf der Ukraine für Freiheit. Ein Diktator, der ein Imperium wieder auferstehen lassen will, wird niemals die Liebe der Menschen zur Freiheit auslöschen können. Die Ukraine wird niemals zum Sieg für Russland. Botschaften an die Ukraine, an den Bündnis, Partner Polen und auch an Russland. Die USA stünden fest zu allen NATO-Partnern. Ich will eins klar sagen, bei den Bewegungen in der Ukraine, denken Sie nicht einmal daran, auch nur einen Zentimeter auf NATO-Territorium vorzudringen. Das hören auch die Polen gerne, die eine 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine haben. Und der Krieg könnte übergreifen, fürchten viele Polen. Wir danken für Ihre außergewöhnliche starke Führung in diesen Zeiten. Und für die starke Stimme der USA, wenn es um die Beendigung der russischen Aggression in der Ukraine geht. Überraschend gab es am Vormittag auch ein Treffen Beidens mit dem ukrainischen Außen- sowie dem ukrainischen Verteidigungsminister. Themen waren weitere Sanktionen gegen Russland, vermutlich auch militärische Hilfe. Wenn es nach Polen gegangen wäre, würde die NATO nicht nur Waffen liefern, sondern sich militärisch noch mehr engagieren. Beim Kiew-Besuch vor elf Tagen hatte der Vorsitzende der PiS-Partei eine NATO-Friedensmission ins Spiel gebracht. Wir brauchen eine Friedensmission, eine humanitäre der NATO und vielleicht andere Organisationen, die auch bewaffnet ist. Das ging den USA und vielen NATO-Partnern aber zu weit. Gestern besuchte US-Präsident Biden auch amerikanische Soldaten, die im Osten Polen stationiert sind. Aus polnischer Sicht könnten dort statt der jetzt etwa 10.000 Soldaten die dreifache oder vierfache Anzahl sein. Auch heute wieder ist Polen direkt von der Politik des Kreml betroffen. Schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge sind aus der Ukraine gekommen. Biden besuchte einige von ihnen, lobte Polen für seinen Einsatz in der Krise und nannte Putin dort einen Schlechter. Schalten wir zu Kerstin Klein in Washington. Biden hat in seiner Rede auch gesagt, Putin könne nicht an der Macht bleiben. Wie wird das in den USA diskutiert? Ja, Biden hat insgesamt sehr klare Worte in Richtung Putin gefunden. Er hat ihn einen Diktator genannt, früher am Tag sogar einen Schlechter. Und dann eben ganz zu Ende seiner Rede eben dieser Satz, der viele hat aufhorchen lassen, er könne nicht länger an der Macht bleiben. Das haben doch viele hier verstanden als einen Aufruf zum Regimewechsel, als einen Aufruf zum Umstoß. Und das ist zumindest bisher nicht die offizielle Linie der USA. Und das Weiße Haus hat sich dann auch bemüht, diesen Satz schnell wieder zurückzuholen. Hat gesagt, Joe Biden habe das nicht so gemeint, habe sich damit nicht auf die Situation in Russland bezogen. Aber viele haben es eben so verstanden. Offenbar auch die Regierung in Moskau. Die haben das nämlich umgehend zurückgewiesen. Und jetzt rätseln hier in den USA viele und fragen sich, stand dieser Satz so in Bidens Redemanuskript oder hat er da möglicherweise improvisiert? Auch das macht er ja öfter. Und auch das ist das Weiße Haus gefragt worden. Aber darauf gab es hier zumindest heute keine Antwort. Gestern hat Russland erklärt, dass man in der Ukraine in eine neue Phase eintreten und sich nun auf die sogenannte Befreiung des Donbass konzentrieren wolle. Wie schätzen die USA das denn ein? Auch danach ist Präsident Biden heute gefragt worden, wie er diesen Strategiewechsel bewertet. Und was er sagte, er ist sich nicht sicher, ob er da überhaupt einen Strategiewechsel sieht. Und das ist auch das, was wir aus dem Pentagon hier hören. Da heißt es ja, wir sehen hier das, was Russland beschreibt, nämlich keine Bewegung von Bodentruppen auf Kiew, auf die großen Städte. Stattdessen verstärkte Kampfhandlungen im Donbass, das sehen wir. Aber wir können eben nicht sagen, ob das tatsächlich ein Strategiewechsel dahinter steckt oder ob das nur eine Momentaufnahme ist. Das könne in ein paar Tagen oder ein paar Wochen auch schon ganz anders aussehen. Da herrscht also hier auf Seiten der USA doch eine ganz große Skepsis. Und da hat man mehr Fragen, als dass man das jetzt einfach so als Strategiewechsel anerkennen würde. Vielen Dank, Kerstin Klein nach Washington.